ja hallo und herzlich willkommen da sind wir dann ja auch schon wieder ist gerade ein bisschen unbehaglich draußen ist ziemlich kalt aus kalt ja kalt und weil dunkelheit genau deshalb so gucken wir mal was denn hier so passiert ich hoffe ja dass das hier alles mal so gut geht es ist immer großartig gespawnt draußen muss ich mir gedanken machen sie sagt schon nicht so aus hier oben sieht eigentlich auch alles gut aus ich muss kurz gucken wir die sound einstellung das irgendwie wirkt der normale sound irgendwie so leise aber ja okay du musst jetzt hier noch ein bisschen höher schrauben also jetzt ist es besser glaube ich ja na doch so ich habe echt angst dass hier irgendwie etwas gespawnt ist das sieht echt es sieht sich aus es sieht sich aus mal gucken wie weit ist denn der loki da der ist nämlich sehr happy happy also happy 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 das hier hinten ist jetzt nicht aufgebaut oder zumindest ist noch zu weit weg auf jeden fall diese pyramide die er baut dieser maya tempel dass wir so nah dran sind das sein ja kann man sagen also diese ranken die er hier hat dass die halt weiter wachsen und ich sehe da oben fehlen auf jeden fall noch ein paar falltüren die wir da anbringen sowas darf man nicht vergessen ich habe natürlich wunderbärchenhaft viel platz für solche sachen das heißt ich muss mal was weg bringen warte ich springe mal hier in den freitod mehr oder weniger übrigens auch sehr schön dass das let's read dann doch so gut angekommen ist das heißt so gut also zumindest dass sich so viele leute darüber gefreut haben natürlich wird es das ganze nicht mit facecam geben ist ja irgendwie auch klar also ganz treffend wurde es auch von dem einen kommentiert von wegen so ja mensch möchte er nicht weil dann würde man sich ja mehr darauf konzentrieren dass das erstens das und zweitens ähm gibt es facecam hier ja sowieso nicht wissen wir ja eigentlich eigentlich wissen wir das ja auch alle von daher lukas ne nein du weißt es ist böse facecam gibt es hier nicht so ähm ich denke so haben wir genug platz das sollte für den moment funktion nuckeln und dann wollen wir mal kurz oder solche fichte eiche eiche ist besser da komme ich schneller wieder ran da habe ich auch noch viel und die genau so übrigens kam letzte woche ein bisschen vor release aber naja wenn man vorbestellt hat man manchmal den vorteil dass das spiel schon früher da ist kam letzte woche samstag ähm oder jetzt letzten samstag kam watchdogs an ich muss sagen ich bin sowas von begeistert ich war erst skeptisch ich wollte erst erst wirklich noch abbestellen aufgrund dieser vielen diskussionen wegen der doch so veränderten darstellung des spiels im vergleich zum ja zum e3 trailer letztes jahr ist auch wirklich heftig also man merkt es auch beim spielen also der unterschied ist da doch extremst also es ist schon anders aber es ist trotz allem ein hübsch anzusehendes und wirklich spielerisch sehr angenehmes spiel ich muss sagen es macht laune ähm die ganzen missionen die es da gibt also was du nicht alles machen kannst das ist der wahnsinn also ganz ehrlich das äh man hängt wirklich stundenlang da und spielt irgendwas anderes und das ist dann halt nur eine einzige nebenmission ja die sich dann irgendwie damit hinzieht dass man irgendwie drei vier stunden mindestens da sitzt und halt nur das macht um es zu schaffen und dann denkt man sich so okay jetzt habe ich bock auf die story macht da oder will weitermachen und verheddert sich dann wieder damit oder findet sich dabei wieder irgendwie noch andere nebenmissionen zu machen beziehungsweise irgendwem zu helfen denn das ist ja auch das nächste ne man kann ja leuten helfen das ist ja auch wieder das also man kann ja irgendwie sagen okay hey ich helfe dem und dem ich helfe dem ich will da nicht zu viel spoilern denn immerhin werden wir aller voraussicht nach das ganze ähm auch als let's play machen also ich will da nicht zu viel versprechen aber wenn denn dann irgendwie mal zeit ist nach den einen der nächsten let's plays dann werden wir das auch mal machen aber da möchte ich noch ein bisschen mit warten gut das ding ist an sich soweit fertig die fee hat schon angekündigt sie möchte uns die tage ein bisschen helfen und auch der lucky wir uns ein bisschen unterstützen die fee hatte mit der ich das schon abgesprochen wenn die dann zeit hat soweit und mir dann vorher bescheid sagt wann sie auf den server geht werde ich auch online kommen dann werde ich das unten ein bisschen weiter basteln sie macht soweit die einrichtung der zimmer das heißt das kann ich dann für mich jetzt außer acht lassen außer acht lassen natürlich und werde daher mich so ein bisschen ran stürzen und gucken dass ich die letzten beiden botschaften bastle denn wir haben jetzt also ich habe jetzt überlegt ja was ist nur für klassen oder rassen nehmen also klassen stehen fest aber rassen halt ne ähm wir haben orks wir haben elfen und ich würde eigentlich gerne noch ähm menschen klar das muss irgendwie immer sein und auf jeden fall zwerge ja so ein zwerg klein dicklich und so das passt irgendwie ja ähm ist nur diese sache wo war das am besten hinpacken ich glaube ich lege erstmal dieses straßennetz weiter an ein paar steine hiervon habe ich ja haben wir denn ich müsste eigentlich noch tonnenweise davon hier haben wenn ich mal so überlege bloß Kies müsste ich nicht dabei haben habe ich hier Kies das sieht nach Eisenerz aus also davon habe ich auf jeden Fall schon mal hier das sehen wir das oh hier reichlich ähm Eisenerz könnte ich eigentlich mal brennen weißt du was das machen wir jetzt auch mal bevor es schlecht wird ja man sollte es natürlich auch mitnehmen sowas soll helfen habe ich mal irgendwo gelesen wenn man Sachen mitnimmt und sie brennen möchte ja dass man sie dann auch in die Truhe packt anders geht es uns meistens nicht aber habe ich hier nirgendwo Kies dabei warte mal ich glaube hier hinten in der Truhe da müsste Kies liegen hm schwierig ich binne meinen und da liegt welcher drin bin ich jetzt eigentlich ganz felsenfest von überzeugt also super mega heftig fest achso für diejenigen die wegen Facebook und so da nicht gucken konnten ich hatte es ja schon da geschrieben diese Let's Read Folgen die werden immer samstags und sonntags erscheinen immer um 12.30 also praktisch mehr oder weniger direkt nach der Minecraft Folge dass man sich das danach dann schön entspannt angucken kann es wird dort dann aber auch so sein dass zum Beispiel automatisch zum Ende des Videos dann ein Link ist zur nächsten Folge wenn man es sich über die Playlist anschaut dann kommt der sowieso automatisch dann halt der nächste Teil dann läuft das automatisch so durch nur ich denke das geht so das ist auf jeden Fall in Ordnung ähm so Kies technisch sollte das auch in Ordnung sein schwierig schwierig denn die Sache ist unsere Aquädukte die nicht so ganz einfach zu handhaben sind wobei ich auch schon überlegt habe ich werde das Aquädukt glaube ich abreißen und dann wirklich so einen Flusslauf hier durchmachen finde ich persönlich dann doch irgendwie schöner man hat von dem Flusslauf mehr als jetzt hier von dem Aquädukt mit dem Aquädukt das wäre schon cool geworden aber ganz ehrlich ich habe es irgendwo mal gebaut testhalber ich weiß nicht in irgendeiner Welt hatte ich das mal ausprobiert da habe ich das von der ganze Zeit immer nur mit Aquädukt gebastelt und es war echt nicht so schön also nicht so es sah schön aus es war cool also hier das sieht auch hübsch aus aber das Problem ist halt einfach nur man muss irgendwie immer einen Absatz finden dass es weiter fließt und das ist halt einfach nicht so also das ist nicht so einfach man kann ja nicht Ewigkeiten weit gehen das muss man schon so ein bisschen gucken wie man das macht und so letztendlich wo will ich es denn hinfinden ich könnte es klar an die einzelnen Grundstücke lenken aber ach will ich das wirklich man weiß es nicht so genau so nun können wir erstmal das Ding abbauen ich würde sagen ich kloppe mir mal irgendwo ein bisschen Erde weg ja hier sieht es ja ganz gut aus genau ja das ist komplett falsch gewesen auch komplett falsch es gibt es doch nicht hallo gibt es das denn ah da fehlt noch einer da fehlt noch einer ja der hier ich glaube es wird dunkel wenn ich das gerade so sehe glaube ich dass es jetzt Nacht wird ah Wasser fließt weg sehr schön ich wollte nämlich jetzt nicht unbedingt drauf gehen das war jetzt nichts was ich unbedingt machen wollte ach genau und das auch noch haha da müsste das Wasser hier weg gehen sehr schön und ich kriege hier ganz viele tolle Sachen die ich hoffentlich alle mitnehmen kann gut ansonsten mache ich es nämlich so und dann lasse ich die Erde hier nein das nehmen wir wieder mit und das wird wirklich dunkel ach du Schande schnell mal wieder runterhüpfen und dann basteln wir das gleich wieder alles weg und dann machen wir genau an der Stelle machen wir dann einfach so einen Fluss der rausläuft ja der läuft dann so raus ähm höhengroß episch ei 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 das war nur ein Käfer ich rede mir jetzt ein dass das nur ein Käfer war der da gerade so ein bisschen gelitten hat ja übrigens hier bei der Xbox One zur Version zu Minecraft gab es jetzt endlich Infos im August wird es erscheinen es ist jetzt nicht mehr so lange hin ich sag mal jetzt nachdem man ein Jahr seit der Ankündigung der E3 letzten Jahres was warten musste ist wirklich fast genau dann ein Jahr her ein bisschen länger sogar ähm hat man es dann wohl endlich halbwegs geschafft riesig toll ist natürlich ähm die Beschreibung ja also zu dem Spiel an sich von wegen ja es ähm wird 19,99 kosten also mehr oder weniger 20 Dollar bei dem Drehraum wird es dann ja wahrscheinlich auch einen Euro kosten ja und ähm für diejenigen die schon Minecraft auf der 360 haben die können das für 5 Dollar ich schätze mal es wird dann auch 5 Euro sein dann halt upgraden auf die Xbox One Version das geht eigentlich das muss ich sagen hätte ich so nicht erwartet ich hatte eher damit gerechnet dass man nochmal den vollen Preis verlangt wäre natürlich ziemlich ätzend unfair und so weiter aber man hat dann anscheinend da doch sich Gedanken gemacht finde ich ganz gut wobei ich auch sagen muss hm ja wozu also wozu sollte man sich das dann noch holen das finde ich irgendwie so ich finde es halt witzfrei ne das ist macht keinen Sinn ich kaufe mir jetzt auch nicht irgendwie noch zig Konsolen und hole mir für alle da auch irgendwie noch Minecraft nur weil es das ergibt mach ich nicht wozu es bleibt immer noch wieder dasselbe Spiel zumal wir ja eigentlich ich sag mal die ultimativste Version die am PC ja sowieso schon haben ne macht so alles andere sowieso relativ wenig Sinn in dem Fall tja und dann ist ja auch noch die Sache dass ich diese Steine nicht mitnehmen kann was mich ziemlich verwirrt denk denk grübel 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 sind das viele es könnte sein dass es viele sind ich bringe mal schnell was weg und dann heben wir das gleich auf aber wie immer ist das Inventar zu klein das ist sowas von ätzend das nervt richtig was haben wir denn hier ach komm hier der Teppich der kann weg ja und das ist das ja genau ein bisschen Platz wieder ähm ja also was so ein bisschen ätzend ist bei diesen News es wo weil alle fragen sich natürlich so ja wie groß wird die Welt manch einer hat ja hier gemunkelt und rumgetönt oh die wird genauso unendlich wie am PC ich dachte mir dann so es wäre schön es wäre den Leuten zu wünschen aber es würde definitiv niemals passieren wäre garantiert technisch machbar aber nicht von diesem Team und nicht in dieser Zeit wahrscheinlich hat man auch wieder so viele tolle Features geplant dass man dann die Rechenleistung lieber dafür dann auch mitverwendet was ich dann auch wieder nicht verstehe aber naja egal ähm ne ähm man hat nämlich zur Weltgröße gesagt sie ist also in der ersten Meldung hieß es sie ist signifikant größer signifikant ist so ein Wort ähm ich sag mal man könnte alles andere was nichts aussagt auch benutzen es würde dann auch dasselbe rauskommen ja und das die andere Meldung war dann von wegen oder bei der anderen Meldung hat man dann einfach nur gesagt ja die Welt ist halt ähm um einiges größer um einiges ist auch wieder so eine Definitionssache also um einiges kann auch einfach mal sein dass es irgendwie doppelt so groß ist oder an jeder Seite einfach nur einen Block mehr zur Verfügung steht wäre jetzt jetzt gerade mega überspitzt und mega fies aber ähm ne ihr wisst was ich meine es könnte sein und das wäre glaube ich nicht so das was sich der Einzelne von euch wünscht nein irgendwie auch logisch glaube ich jetzt tja von daher bleibt abzuwarten wir werden es ja nicht probieren aber wir werden es ja auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form in die Nachrichten mitbekommen was heißt in den Schlagzeilen der Videospielindustrie wird man das gerne hier dann irgendwie verfolgen können wie groß denn diese Welt wirklich ist ich glaube nicht allzu groß cool ist natürlich auf jeden Fall dass man seine Speicherstände übernehmen kann das ist schon mal ganz schön das ist ja mal für die Leute die sich eine richtig krasse Welt aufgebaut haben vielleicht sogar mit Freunden irgendwie so auf jeden Fall cool wobei mit Freunden ob die sich alle dann ausprobieren Xbox One holen mit Minecraft ich muss auch sagen ganz ehrlich wenn jemand das spielt also wenn wenn das nicht wirklich die unendliche Version ist oder zumindest nicht irgendwas mega krasses zu bieten hat im Vergleich zur PC Version da muss man sich ja schon wirklich Gedanken machen und Anreiz schaffen warum sollte jemand sich eine teure Xbox One holen für Minecraft wenn er es entweder am PC wenn er einen hat wo es funktioniert halt einfach so für 20 Euro bekommen kann ohne nochmal für 500 Euro oder jetzt 400 Euro sich die Xbox One holen zu müssen oder er holt sich für 100 und ein paar Zeit quetschte die Xbox 360 und holt sich dann Minecraft oder das Bundle gleich das gibt es ja auch also von daher ihr wisst was ich meine also wo soll der Anreiz bestehen und wie ist es bei uns gibt es ja sowieso keinen Anreiz also das da ist Hopfen und Malz verloren wir haben einfach zu viel davon gespielt als dass es sich lohnt ich würde es mir auch wirklich nicht antun wozu ich kann jetzt lieber irgendwas schönes machen mit dem Geld rumprassen oder so keine Ahnung was macht man jetzt damit hm ausgeben sich dran erfreuen wäre auch eine Alternative also das wäre definitiv zu empfehlen indem man einfach sagt so hey weißt du was ganz ehrlich ich freue mich jetzt einfach mal darüber ich freue mich jetzt dass ich es geschafft habe wäre eine Möglichkeit klar kann man versuchen man muss es nicht unbedingt aber man kann es man kann so vieles obwohl man es nicht muss so mit dem Fluss muss man natürlich gucken ähm hm lassen wir den dann hier oben rausbrechen ich bin gerade mal liegen also schwierig schwierig da hinten bietet es sich nicht an das wäre zu kacke und hier man müsste ihn irgendwie hier rausbrechen lassen hier rausbrechen lassen und dann lässt man ihn hier so runterlaufen oder man lässt ihn da rausbrechen wir lassen ihn da rausbrechen lassen ihn hier so runterlaufen das ganze natürlich auch wieder eher Kanal like ist auch klar ähm genau so das heißt dann nämlich habe ich habe ich immer noch Erde natürlich keine Erde dabei auch wieder sowas von klar wenn man was macht was hat man nicht dabei Erde heben wir das nämlich schon mal so weit aus dass wir im Falle eines Falles hier ist wie so eine Art Schiene das haben komische Gedöns ey mit einem Pflanzenkrams hier Bullshit ähm genau ich hoff mir hier rauf so na willst du nicht natürlich willst du nicht warum sollte es auch genau weil das läuft dann hier runter das heißt aber ich muss eigentlich hier auch nochmal sowas hinlegen genau weil das fließt dann hier so raus hier runter schön gleichmäßig und äh ergießt sich dann da irgendwie und drei breit ist glaube ich ja also man kann glaube ich drüber springen glaube ich ja man kann's okay wir sehen's mhm hm ja doch das passt drei breit oder also noch breiter möchte ich ihn jetzt eigentlich nicht haben oder man macht das doch mit dem Aqueduct lässt es bis zu einem bestimmten Punkt fließen lässt es da dann runterlaufen das wäre auch eine Möglichkeit mhm ja mein Problem ist halt nur ich sag mal mit diesem von wegen dass man es immer ein bisschen abfällend sein muss damit das Wasser von sich aus weiter fließt da kann man ein bisschen daran arbeiten das ist ja nicht so wild mein Problem ist gerade eher nur hm soll das einfach nur durch die Gegend fließen und wir haben das nirgendwo wo es hinläuft oder es wird dann irgendwo hin also man lässt es dann irgendwo hin fließen damit halt dort etwas entsteht oh da habe ich gerade eine Idee ja ja da ist mir gerade eine Idee gekommen und ich glaube das mit dem Aqueduct werden wir dann doch wieder machen ha ja ähm das ist dann die berüchtigte A-Karte ja das äh ist jetzt kacke an der Stelle das tut mir auch wirklich leid dass das jetzt so gekommen ist aber ich sag mal so lieber jetzt als äh nie und immerhin haben wir es ja noch rechtzeitig gemerkt so das heißt dann wir werden an der Stelle einfach noch so ein bisschen weiter basteln ich hoffe natürlich dass jetzt alles glimpflich ausgeht genau hier komm so äh wir machen das jetzt ein bisschen anders wir werden das jetzt ein bisschen anders machen ich muss sowieso noch schauen wie ich das ganze gestalte ist ja auch wieder so Optik und so ne ja 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 das ähm wird nicht einfach aber ich glaube dann werde ich erst mal mit dem Aqueduct oh nein verdammt ich hab ja gesagt wenn wir damit fertig sind gibt es Hühlen-Action ah nun gut ich befürchte um ehrlich mit euch zu sein befürchte ich dass wahrscheinlich die Folge jetzt vorbei sein wird das kann passieren ist aber jetzt nicht so dramatisch denn erstens lass ich mir hier ein bisschen Erde hier auch eh wieder keiner das heißt nehme ich mir die eine Truhe mit und alles was ich hier dabei habe na jetzt ich wollte jetzt sagen jetzt will meine Tastatur irgendwie nicht na mach mich nicht schwach ey nicht dass die Batterien wirklich alle gehen das wäre richtig dramatisch so kurz vorm Ende man steht irgendwo in der Höhle will wegrennen und dann sind die Batterien leer der Tastatur und man kann auch nicht mal Escape drücken ja um zu pausieren oder raus zu gehen einfach tja das ähm wäre zu schön um wahr zu sein ha nicht natürlich ne also das ist kein schöner Moment ne 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 ja ne dann würde ich sagen machen wir es wirklich so ich habe mich gerade an mein Versprechen nämlich erinnert ich werde für heute Schluss machen wir sehen uns ja dann morgen wieder und dann geht es morgen los mit dieser schnieken Höhlen Action in der Nähe unseres Hauses mehr oder weniger direkt dahinter wo wir denn diese Schlucht entdeckt haben denn die wollen wir jetzt ein bisschen erforschen wir wollen ein bisschen bei Monstern vom Kopf hauen und mal so ein bisschen wieder Action haben in diesem Sinne bis morgen dann euer Mr. Zocker